Jetzt wird's ernst, das Runde muss in die Ecke gehen. Kann Manuel den Profi-Goal Patrick Folletti austricksen? Fallen, 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 contradictions, get me everything I want, I'll let you know, but I think it's gonna take a while, it's a clip. Seid ihr zufrieden mit der Leistung von Manuel? Klickt jetzt und wählt ihn.